Am 3. Februar kam eine neue Version des Raspberry Pi Imagers heraus. Diese behebt einige ziemlich nervige Fehler und verbessert die Benutzbarkeit. Was sich da alles getan hat, das möchte ich euch jetzt im Folgenden zeigen. Und damit herzlich willkommen zu ULabs. Wenn ihr andere Videos oder Beiträge auf diesem Kanal gesehen habt, dann kennt ihr sicherlich den Imager. Das ist ein kleines Werkzeug von der Raspberry Pi Organisation, mit dem ich hier verschiedene Betriebssysteme auswählen kann. Das Raspberry Pi OS in verschiedenen Editionen und ich kann das Ganze dann auf eine Speicherkarte flashen und noch ein bisschen vorkonfigurieren. Die neue Version 1.7 kam kurz nach der 64-Bit-Version des Raspberry Pi OS heraus. Das hatte ich euch auch schon in einem eigenen Beitrag gezeigt. Das verlinke ich oben. Drum ist es leider ein bisschen untergegangen und deswegen schauen wir jetzt hier mal rein, was sich da alles getan hat. Wie bekomme ich die neue Version? Das hängt ein bisschen von eurem Betriebssystem ab. Wenn wir jetzt auf Windows sind, dann starten wir den Imager einmal und bekommen jetzt gleich eine Meldung. Wir haben nämlich hier noch 1.6.2. Hier gibt es die neue 1.7. Die müssen wir jetzt aber manuell herunterladen und installieren. Das leitet uns jetzt hier auf die Homepage, wo wir den herunterladen können. Genau, Download for Windows in diesem Fall. Da haben wir die Exe. Und natürlich müssen wir jetzt hier den zumachen. Wir können das jetzt ganz normal wie jede Applikation unter Windows installieren. Und im Anschluss habt ihr dann die neue Version 1.7 und könnt die Vorteile nutzen, die ich euch jetzt hier gleich zeige. Unter Linux habt ihr das etwas einfacher, zumindest je nach Distribution, zum Beispiel hier bei Manjaro. Da ist die 1.7 schon in den neuesten Paketquellen-Updates enthalten. Das heißt, hier musste ich bloß meine Software aktualisieren über den Paketmanager und bin hier jetzt auf 1.7. Die größten Verbesserungen in 1.7 liegen in den erweiterten Optionen. Die kann man mit STRG, SHIFT und X erreichen. Das habe ich euch ja in den letzten Videos schon gezeigt, gerade zur Einrichtung, dass man hier den Hostname angeben kann, SSH aktivieren, einen Passwort oder einen Schlüssel hinterlegen, das WLAN vorkonfigurieren, ein bisschen von der Lokation einstellen, also hier zum Beispiel die Zeitzone und das Tastaturlayout. Vor allem bei Servern ohne grafische Oberfläche ziemlich praktisch, denn so könnt ihr das Ganze richtig vorkonfigurieren, zum Beispiel SSH aktivieren, dass ihr da draufkommt, ohne dass da Peripheriegeräte an den Pi angeschlossen werden müssen. Von meiner Seite aus war aber ein großer Kritikpunkt, dass das Ganze ziemlich versteckt ist. Es gibt hier keinen Knopf, wo ich draufkomme, sondern ich muss immer STRG, SHIFT, X drücken. Das war auch nicht so wirklich gut dokumentiert, das heißt, die meisten, gerade Anfänger, wussten das nicht, außer sie schauen eben meine Videos oder die Videos von anderen, die das zeigen. Jetzt haben die sich da was einfallen lassen und zwar, sobald ich hier jetzt nur S auswähle, kriege ich hier so ein kleines Zahnrad und wenn ich darauf klicke, komme ich genau in diesen erweiterte Option Dialog rein. Das heißt, ich kann jetzt immer noch STRG, SHIFT, X nutzen, wenn ich das möchte, als Shortcut sozusagen, aber jemand, der das nicht kennt, der sieht gleich, oh hier Einstellungen, da kann ich jetzt am System noch etwas einstellen. Mein zweiter Kritikpunkt ist, dass nur das Raspberry Pi OS wirklich zuverlässig zusammen mit dem Imager funktioniert. Da gibt es bei anderen Betriebssystemen mal mehr, mal weniger schwere Probleme. Ein Beispiel, ich habe mir angefangen Ubuntu anzuschauen, das wurde nämlich hier im Forum von euch vorgeschlagen, hat auch einen Gedanken bekommen, darum wollte ich das mal installieren und bin auf ein interessantes Phänomen gestoßen, nämlich der Pi wollte starten, man hat kurz die Ausgabe auf dem Bildschirm gesehen, aber dann wurde der Bildschirm einfach schwarz. Man hat keine Fehler gesehen, weil das alles ziemlich schnell ging. Jetzt hat sich nach einiger Fehler so herausgestellt, dass es ein Problem, zu dem es schon einige Tickets gibt, hier zum Beispiel eins vom Oktober 2021 und hier gibt es auch noch ein anderes vom April 2021, also schon eine ganze Weile bekannt. Das Skript zur Vorkonfiguration wirft bei der Einrichtung einen Fehler, das heißt, das wurde durch diese erweiterten Optionen, die ich hier gezeigt habe, verursacht, weil ich die eben nutzen wollte und eben auch noch gespeichert hatte, dann kann ich hier sagen, immer verwenden, dann, auch wenn ihr hier ein anderes System, also ein anderes Betriebssystem angebt, werden die genutzt. Das ist praktisch bei mehreren PIs, aber kann hier eben diese Probleme verursachen, weil dieses Skript eben nicht kompatibel mit Ubuntu ist. Was man nun in der 1.17 gemacht hat, ist, dieser Knopf hier, der neu eingeführt wurde, der erscheint nur, wenn ich hier ein kompatibles System auswähle. Das ist primär das Raspberry Pi OS, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf MediaPlay OS und nehme hier zum Beispiel das da mal, das ist egal, was wir nehmen, erscheinen die Knöpfe nicht, das ist bei der Mehrheit der Systeme hier so, wir können hier auch zum Beispiel mal bei Emulation RetroPi nehmen, auch hier egal, was ich nehme, ich habe keinen Knopf und kann das hier eben nicht vorkonfigurieren. Es geht aber nach wie vor über das Tastenkürze, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel mit dem RetroPi drücke, dann kann ich das hier immer noch angeben. Das ist jetzt nicht ganz optimal in meinen Augen, sondern hier sollte es einen Hinweis geben, dass das eben nicht unterstützt wird, gerade weil ja dieser Knopf sehr neu ist. Das heißt, die Leute kennen das noch nicht, die nutzen diese Tastenkombination, weil sie es eben von mir oder von anderen kennen. Drum, da könnte man jetzt in meinen Augen noch ein bisschen mehr machen. Gut finde ich, dass die Dokumentation mit diesem Kürzel hier erweitert wurde. In der Readme findet man jetzt ganz unten diesen Punkt Erweiterte Optionen, wo beschrieben ist, dass man das eben auch mit dieser Tastenkombi aufrufen kann. Ist jetzt zwar mit dem Button nicht mehr ganz so akut, aber vielleicht doch ganz nützlich, falls welche das öfter brauchen als Shortcut. Die zweite größere Änderung ist eher technischer Natur. Für Ubuntu wird nun Cloud Init unterstützt. Das ist ein Standard, wo man eine YAML-Datei erstellt und in der YAML-Datei dann festlegt, wie möchte ich mein System konfiguriert haben. Wir können uns das hier in der Doku auch mal an einem Beispiel anschauen. Hier kann ich jetzt User festlegen, Gruppen, ein Passwort festlegen. Ich kann SSH aktivieren, das Netzwerk konfigurieren, also allerlei Sachen, wie ich eben mein System individuell anpassen kann. Das wird automatisch beim ersten Start eingelesen und ausgeführt. Das heißt, ich habe damit dann ein System, das genau zugeschnitten ist, wie ich es haben möchte, ohne dass ich eben Bildschirm, Tastatur, Maus brauche und das einrichten muss. Ich habe mit SendOS bereits Cloud Init verwendet und mein Eindruck ist positiv. Es hat zwar manchmal seine Tücken, aber es ist grundsätzlich eine sehr coole Idee, um eben ein einheitliches Format zu haben, wie wir das Ganze auf verschiedenen Distributionen einrichten können. Denn ihr seht schon hier auf der Seite gibt es jetzt einige, die gelistet sind. Natürlich sind das nicht alle, das wie bei System.de auch, aber zumindest mal von den Großen sind hier viele dabei. Und hier kann ich eben jetzt mein Cloud Init für Ubuntu verwenden, für ein SendOS, für ein SUSE, wenn es denn gewünscht ist, für Fedora oder was eben gebraucht wird. Eine Lösung für alle Systeme wird es wohl auf absehbare Zeit nicht geben, aber zumindest brauchen wir eben dieses System.de Run nicht mehr. Das habe ich mich hier auch mal angeschaut gehabt. Das nutzt der Imager intern, nutzt er auch immer noch für das Raspberry Pi OS, aber ist eben auf Ubuntu in der Konstellation aus verschiedenen Gründen nicht kompatibel und das kann durchaus fehleranfällig sein. Deswegen finde ich es hier gut, dass wir hier auf einen Standard setzen und der wird dann wahrscheinlich auf Dauer, denke ich mal, auch für das Raspberry Pi OS Verwendung finden. Ein paar kleinere Verbesserungen, die ihr jetzt eben vielleicht noch nicht gemerkt habt, denn die haben auch an dem generellen Dialog hier für die Einstellungen ein bisschen was geändert. Und zwar, ich habe hier mal als Gegenbeispiel ein Screenshot, von der vorherigen Version, also die 1.6, da hatte ich hier eben SSH und den Benutzer immer zusammen. Hier kann ich jetzt SSH aktivieren und hier eben getrennt noch das Passwort von dem Benutzer festlegen plus eben die Neuerung, dass ich hier noch den Username festlegen kann. Bisher war der immer Pi, den konnte ich im Vorkonfigurieren nicht ändern. Hier kann ich jetzt sagen, ich möchte den hier zum Beispiel auf meinen Namen ändern und habe dann eben statt dem Pi-Nutzer den, den ich hier angebe. Noch zwei kleinere Neuerungen, ich kann versteckte WLAN-SSIDs nutzen, wenn man das im Router konfiguriert hat. Das ist so ein Streitthema, es bringt nicht wirklich viel Sicherheit, manche nutzen das. Und ansonsten für SSH-Keys, wenn ich also nicht mich mit einem Passwort identifiziere, sondern mit einem SSH-Key kann ich jetzt mehrere angeben. Ich denke, das wird die meisten auch eher nicht betreffen, weil meistens hat man ja eher einen Key, außer man möchte jetzt eben gleich in etwas größeren Umgebungen mehrere Clients berechtigen. Darüber hinaus, ihr seht es hier, es gibt noch ein paar kleinere Bug-Fixes, die ich jetzt nicht alle einzeln auflisten möchte, für verschiedene Betriebssysteme. Hier bei Linux zum Beispiel haben sie was beim Auto-Mounten gefixt und natürlich hier dann noch für die anderen Systeme auch für Windows und Mac verschiedene andere Korrekturen. Etwas verwirrend ist der letzte Punkt, nämlich Telemetrie. Hier wurde angekündigt, dass nun Telemetriedaten erhoben werden. Das wundert mich, da das schon seit einer ganzen Weile der Fall ist. Auch die Dokumentation dazu gibt es schon länger. Da es ja Open Source ist, können wir jetzt einfach in den Quellcode reinschauen und können hier sogar einen Vergleich ziehen, was hat sich zwischen 1.62 und 1.7 geändert. Und da habe ich euch das mal rausgesucht. Hier zum Beispiel ist jetzt die Doku-Seite, da ist 1 zu 1 dasselbe drin, nur hat man hier eben Raspberry Pi.org durch COM ersetzt. Das heißt, die haben da irgendwas im Hosting wahrscheinlich geändert, aber nach wie vor ist es eben so, dass wie hier beschrieben, der eben schaut, welches Image ladet ihr herunter, welche URL hat das, welche Kategorie. Dann natürlich ein bisschen Infos über euren Computer. Das kann man hier auch im Status einsehen und dann ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, was hier so beliebt ist. Also klar, Raspberry Pi OS ist ganz vorne. Das hier immer ein bisschen sortiert nach entsprechendem Zeitraum. Also heute, die letzte Woche und der letzte Monat. Dann sehen wir hier unten neben dem Betriebssystem auch noch Informationen zu den Systemen, also wo der Imager läuft, welche Version vom Imager habe ich da drauf, welches Land und welche Sprache ist hier eingestellt. Also ganz vorne Englisch US, das ist die USA und dann direkt danach Deutschland. Das kann man jetzt hier, wenn man sich dafür interessiert, im Detail angucken. Plus hier unten noch die Architektur. Also wir sehen, die meisten Leute nutzen ihren PC-Laptop, um das zu flashen. Nur die wenigsten nutzen es direkt auf ARM-Geräten, was ja prinzipiell am Pi auch möglich ist. Das ist in meinen Augen noch durchwegs akzeptabel, vor allem im Vergleich mit anderen Anwendungen, wo ja teils maßlos mehr Informationen gesammelt werden und das teilweise auch ziemlich dreist, wo nicht mal gefragt wird oder wo es keine Möglichkeit gibt, es zumindest auszuschalten. Falls ihr aber sagt, das ist mir immer noch zu viel, ich möchte nicht, dass der nach Hause telefoniert, dann könnt ihr das hier, wie in der Doku beschrieben, entsprechend abschalten, für Windows einen Registrier-Schlüssel, bei Linux eben entweder diesen Schalter benutzen beziehungsweise in der Config-Telemetry auf Fault setzen. Es hat sich an meinen großen Kritikpunkten einiges getan. Es bestätigt aber auch meinen bisherigen Eindruck, den ich schon beim AirPine Linux kurz geäußert hatte. Der Imager ist primär auf das Raspberry Pi OS zugeschnitten. Hier arbeite ich mit Image2Card bereits in einer Lösung, da es in meinen Augen viele weitere Distributionen gibt, die interessant sind und je nach Anwendungszweck durchaus sogar die bessere Variante. Diese kann man mit dem Imager entweder nicht richtig flashen oder eben zumindest nicht vorkonfigurieren, was gerade für Headless-Server, wo ja einige den Pi zu einsetzen, ziemlich unpraktisch ist. Aber immerhin wurde mit dem Wechsel zu Cloud-Init nun auch Ubuntu Server hinsichtlich der erweiterten Optionen unterstützt. In meinen Augen ist die Version 1.7 daher ein Fortschritt. Was denkst du zum Update? Schreib es gerne zu uns auf ULabs ins Forum oder in die Kommentare. Ich freue mich auf deine Rückmeldung und damit wünsche ich dir wie immer viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.